Wusstest du, dass Triceratops einen zusätzlichen Knochen im Unterkiefer hatte, der nur bei Vogelbecken-Dinosauriern wie den Entenschnabel-Dinosauriern und den gehörmten oder gepanzerten Dinosauriern zu finden ist? Dieser Knochen liegt vor dem Unterkiefer und wird als Prädentale bezeichnet. Keine andere Tiergruppe hatte diesen Knochen. Weitere interessante Fakten zu Triceratops findest du unter Lisa, Max und Detti Rex, 7 Fakten zu Triceratops. Bye, bye.